Bist du auf der Suche nach dem Abenteuer deines Lebens? Dann ist der Muscatlon in Israel vom 28. Januar bis 4. Februar 2024 genau das Richtige für dich. Laufe den wunderschönen Dead Sea Marathon, entdecke die kulturelle Vielfalt Israels und setze dich für Gerechtigkeit ein. Eine Woche lang wirst du in die Tragödie der modernen Sklaverei und des Menschenhandels eintauchen. In Israel arbeiten über 14.000 Menschen in der Sexindustrie. 76% von ihnen wollen aus der Zwangsprostitution aussteigen. Die Organisation Global Act setzt sich dafür ein, Menschen, insbesondere Frauen, zu befreien und auszubilden. Während des Muscatlons wirst du die Projekte von Global Act in Tel Aviv besuchen, hinter die Kulissen des Fashion Labels Kite Pride blicken, Betroffene kennenlernen und ihre Geschichten hören. Um ein Zeichen der Gerechtigkeit zu setzen, nimmst du am Dead Sea Marathon teil. Die Strecke führt durch die einzigartige Landschaft des Toten Meeres. Mit diesem außergewöhnlichen sportlichen Engagement wirst du versuchen, 10.000 Schweizer Franken zu sammeln oder Patenschaften zu vermitteln. Neben dem Charity-Lauf erlebst du die Schönheit Israels und besuchst kulturelle und biblische Städten von hohem Interesse. Während der Muscatlon-Woche wirst du von inspirierenden Impulsen begleitet, die dich ermutigen, aber auch zum Nachdenken herausfordern werden. Wir garantieren dir eine unvergessliche Woche mit vielen Eindrücken, Emotionen und Geschichten. Ein episches Rennen für Gerechtigkeit am tiefsten Punkt der Erde. Sei bei Muscatlon dabei und melde dich jetzt an unter muscatlon.ch See you next time. Untertitelung des ZDF, 2020